Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspiel Tester mit dabei wie immer Michaela und Christian und wie unser Name schon sagt haben wir jetzt hier auch mal wieder ein Brettspiel und zwar ein sehr großes Brettspiel das quadratisch ist was so ein kleines Problem darstellt weil wir haben ja das Querformat sage ich mal 16 zu 9 und das Ding ist relativ groß und das mal so zu zeigen wir hoffen dass wir alles zeigen können aber wir starten wir immer erstmal mit den Rahmendaten Kallus oder Kallus 1303 je nachdem wie es ausgesprochen wird ich denke mal Französisch vielleicht auch Lateinisch ist auf jeden Fall die Neuauflage des Spiels von 2005 ist neu bei den Space Cowboys herausgekommen und auf Deutsch bei Huch erschienen ein Spiel für 2-5 Personen ab 12 Jahre die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 60-90 Minuten angegeben der Autor ist William Attia und es kostet ich habe gerade mal online reingeschaut um die 40 Euro und von der Story ist es so der Krieg ist erstmal vorbei wir sind halt eben Anfang des 14 Jahrhunderts und wir wollen im Prinzip eine Burgstrich ein Schloss ne es wird eher eine Burg in dem Jahrhundert sein eine Burg aufbauen und das machen wir halt eben indem wir Ressourcen nutzen indem wir Häuser selber bauen indem wir Worker einsetzen weil primär ist es eigentlich ein Worker nicht nur eigentlich ist es ein Worker Placement Spiel und erzähl erstmal ein bisschen was wir hier so haben genau wir haben erstmal den Spielplan hier schon mal ausliegen wir spielen über insgesamt neun Runden da oben sieht man die Rundenzählleiste das liegt schon mal auf der ersten Runde der Zähler dann haben wir hier jede Menge Gebäude ausliegen wir haben hier zum einen ich zeige euch die mal ganz kurz in der Nahaufnahme das sind die sogenannten Monumente bei den Gebäuden ganz kurz hier oben in der Ecke sieht man immer was man für Siegpunkte für so ein Gebäude bekommen kann und hier sieht man was man dafür bezahlen kann bei den Monumenten gibt es unterschiedliche Gebäude und da gibt es sogar noch einige wo man dann ich sag mal noch einen bestimmten Ertrag bekommen kann den würde man hier immer in der sogenannten Verwaltungsphase bekommen hier zum Beispiel zwei neue Arbeiter dazu hier ein Nahrung und hier ein ich glaube das war Tuch ist das glaube ich ne und oben links in der Ecke wenn du es nochmal kurz rein hältst das ist halt eben blau und das korrespondiert dann auch mit den Farben hier auf dem Spielplan das heißt hier Residenz blau Monumente Monumente Residenzen sind nämlich die grünen genau so rum war es genau die sieben Monumente werden jetzt erst an dem Spielplan ausgelegt dann haben wir als weiteres noch ein paar andere Gebäude ich zeige euch die hier einmal ganz kurz und zwar gibt es hier noch sogenannte Holzgebäude die Gebäude haben jeweils eine Startseite und auch eine Rückseite bei den Holzgebäuden ist das die sogenannte Startseite wo dieses ja Wappen oben drauf ist und dann gibt es noch die sogenannte Bauseite wenn man das umdreht auch hier sieht man wieder wie viele Siegpunkte man bekommt wenn man das Gebäude baut hier sieht man wieder was man bezahlen muss jetzt zum Beispiel ein Holz und eine Nahrung und hier den Effekt das heißt wenn ich da nachher einen Arbeiter drauf aussetze und das Gebäude auch tatsächlich ausgewertet wird in der Phase es kann nämlich auch sein dass nichts auswertet kommt je nachdem wo der Vogt nachher auf der Straße steht bekommt man hier einen Ertrag in diesem Falle dürfte man sich hier einen beliebigen Rohstoff nehmen also entweder eine Nahrung, ein Stein, ein Tuch oder ein Holz und so gibt das hier jede Menge verschiedene Gebäude mit verschiedenen Auswirkungen hier kann man zum Beispiel ein Steingebäude bauen hier bekommt man zwei Steine hier bekommt man drei neue Arbeiter hier kann man Tuch und Siegpunkte umtauschen und so weiter und hier haben jetzt wie gesagt einmal eine Seite eine Startseite mit dem Wappen drauf und jetzt ist es so dass zu Spielbeginn erstmal ein Gebäude hier oben bei der Baustelle das die mittlere das mittlere Feld ist hier für dieses Gebäude das Holzgebäude vorgesehen und eins kommt hier A gutes Beispiel dieses ich sag mal Steingebäude darf nämlich niemals zu Spielbeginn hingelegt werden wenn das gezogen wird zufällig um da hingelegt zu werden dann nimmt man es einfach raus und zieht ein anderes eins wird nämlich hier auf die entsprechend dafür vorgesehene Stelle noch auf dem Spielplan gelegt da ist auch so ein ja braunes Wappen drauf und da legt man dann das nächste Holzgebäude drauf und die weiteren sieben Holzgebäude werden neben dem Spielplan bereit gelegt dann haben wir ja noch Steingebäude auch die man sieht hier oben das ist die Startseite auf der Rückseite ist dann wieder die Bauseite da sieht man wieder was das Gebäude kostet wenn man es bauen würde hier ein Stein ein Tuch was ich an Siegpunkten bekommen würde hier was passiert wenn ich meinen Worker darauf einsetze und das Gebäude auch aktiviert wird für zwei Worker wenn ich die abgebe und ins Camp zurückstelle aus meinem persönlichen Vorrat würde ich hier vier Punkte bekommen wenn ich hier vier Worker ins Camp zurücksetze aus meinem persönlichen Vorrat würde ich sechs Punkte bekommen was haben wir hier noch man sieht das eigentlich schon auf der Rückseite auch was auf der Vorderseite drauf ist aber ich drehe sie trotzdem um dann seht ihr ja auch die Baukosten hier kann ich einen beliebigen abgeben also entweder Nahrung ein Stein ein Holz oder ein Tuch und bekomme fünf Arbeiter hier würde ich zwei Holz und ein Tuch bekommen und hier ist auch noch eine Besonderheit wenn hier ein Fremder drauf setzt sagen wir mal mir würde das Gebäude gehören das heißt ich habe da nachher ein Haus stehen steht nachher oberhalb auf dem Spielplan und Christian setzt da ein Arbeiter drauf ein auf dieses Gebäude und das wird auch aktiviert dann bekommt Christian diesen Ertrag in diesem Fall zwei Holz und ein Tuch und ich als Eigentümer des Gebäudes würde dann ein Holz bekommen also solche Gebäude gibt es dann halt auch so auch die werden jetzt gemischt und dann gibt es hier einmal ein Feld auf dem Spielplan wo auch so ein Steingebäude Entschuldigung verkehrt rum so rum hingelegt werden muss mit der Startseite nach oben und das andere Steingebäude kommt dort auf das dritte Feld auch da ist hier oben in der Ecke so dieses ja ich sag mal graufarbige Wappen dann drauf dass man es entsprechend ablegt und die restlichen sieben Steingebäude kommen in den Spielplan dann haben wir hier noch die sogenannten Startgebäude die haben hier oben so ein goldenes Wappen in der Ecke und da sieht man hier unten auch wieder den Effekt da kann ich einen beliebigen abgeben von diesen Ressourcen um drei Arbeiter zu bekommen hier bekomme ich einen Stein hier eine Nahrung und so weiter natürlich immer unter der Voraussetzung dass ich dieses Gebäude aktiviere hier damit kann ich zum Beispiel ein Holzgebäude bauen auch die werden jetzt gemischt und dann wird ein Gebäude oben auf das letzte freie Feld ganz links das ist für dieses Gebäude vorgesehen und dann haben wir hier auf unserer Straße vor oder nach der Gildenbrücke auch noch Felder und zwar für die verbliebenen acht Startgebäude und die werden jetzt entsprechend auf diesen Feldern zufällig dann platziert dann bekommt jeder von uns Spieler Anzahl abhängig Arbeiter in zwei Personenspiel bekommen wir zehn Arbeiter zu Spielbeginn die restlichen Arbeiter das sind dann jeweils noch fünf pro Spieler werden hier in das sogenannte Camp gesetzt ich will mal meinen zurück da aber ganz gut den habe ich noch hier bei mir dann bekommt jeder seine Häuser jeder bekommt zehn Häuser dann gibt es hier noch den sogenannten Vogt der wird jetzt hierhin gestellt das ist seine Startposition im Spiel jeder Spieler bekommt zu Spielbeginn einmal zwei Holz ein Nahrung und ein Stein also ein bisschen Startressourcen haben wir auch schon mal zur Verfügung und dann haben wir hier noch die sogenannten Charakterkarten und bei denen ist es so da gibt es auch ganz viele verschiedene und bei denen ist es so die werden jetzt zu Spielbeginn gemischt und dann werden immer Spieleranzahl abhängig bestimmte ausgelegt und zwar mal Spieleranzahl plus drei das heißt bei uns als ein zwei Personenspiel legen wir jetzt insgesamt fünf Plättchen aus und dann darf sich entgegen dem also mit dem letzten Spieler beginnt und dann entgegen dem Uhrzeigersinn jeder ein Plättchen aussuchen wir müssen uns also noch entscheiden wer wird Startspieler das kannst du gerne sein das heißt Christian darf sich jetzt als erster davon ein Plättchen aussuchen ich nehme mir dann einmal diesen Charakter der hat den Effekt dass man nachher bei quasi am Ende der ersten Phase sag ich mal kann man nämlich den Vogt bewegen und zwar immer der Vogt hat eine Relevanz und zwar alle Gebäude die vor ihm stehen auf dem Weg die werden nicht beliefert also die bringen keinen Ertrag und mit der Karte hier mit dem Charakter darf ich den Vogt nochmal einen nach vorne oder einen nach hinten setzen aha du möchtest also den Charakter haben ich nehme mal diesen Charakter hier der Charakter bedeutet wenn ich nachher an die Baustelle Bündel liefern möchte dann muss ich da kein Arbeiter bei der Baustelle einsetzen sondern kann das so nutzen wobei das würden die hier auf die Felder eingesetzt werden genau so die verbliebenen drei Charaktere die werden jetzt hier oberhalb abgelegt die können wir uns im Spielverlauf vielleicht noch nehmen so und dann muss jeder noch eins seiner Häuser hier auf die Gildenbrücke setzen Startspielermarke haben wir ja schon vergeben so wir hatten ja schon gesagt das Spiel läuft immer insgesamt neun Runden und jede Runde besteht insgesamt aus vier Phasen jetzt geht die sogenannte Planungsphase los in der wir unsere Arbeiter einsetzen und zwar beginnt mit dem Startspieler immer einen Arbeiter und jetzt können wir den einsetzen auf jedes Gebäude was hier ist entlang der Straße was er nicht machen dürfen wenn ich hier stehe darf Christian seinen Arbeiter nicht dazu setzen es sei denn es gibt hier einen Charakter der das erlaubt das ist nämlich wo ist er dann das ist dieser Charakter hier der würde es erlauben dass man sich einmal in der Runde mit dazu stellen darf auf ein bereits besetztes Gebäude der ist aber jetzt nicht mit im Spiel was auch nicht erlaubt ist man darf sich auch nicht auf Felder setzen wo nichts ist das wäre aber auch ziemlich unsinnig man darf sich auch nicht auf eines dieser drei Gebäude auf der Baustelle da oben setzen denn die sind wirklich nur für die Baustelle gedacht das heißt da darf man auch keine Arbeiter einsetzen ich gebe dir schon mal deinen einmal wieder und wenn nachher diese Gebäude umgedreht werden das sind die sogenannten Residenzen mit diesen grünen Wappen hier oben da darf man sich auch nicht draufsetzen und wenn nachher diese Monumente gebaut werden da darf man seine Arbeiter auch nicht draufsetzen okay dann geht es beginnend mit mir los und ich würde jetzt einfach mal gucken man muss hier echt so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben weil man sieht schon diese ersten Felder man muss gucken weil die Arbeiter werden nachher abgewickelt und zwar es geht ja bei der Gildenbrücke los und dann wird geschaut von da geht man die Straße hoch das heißt wenn ich hier in Arbeitereinsetzung gar kein Holz habe kann ich nachher den Effekt gar nicht auslösen genau und alle Arbeiter die man eingesetzt hat die kriegt man auch nicht auf die Hand zurück sondern die kommen alle ins Camp das heißt das muss man auch ziemlich gut im Auge behalten genau und ich würde jetzt einfach mal hier hingehen ich setze mal meinen ersten Arbeiter DART ein ja was für eine Überraschung so ich gehe einmal DART auf was für eine Überraschung ja am Anfang sind doch meine dann gehe ich mal in Uppsala Entschuldigung da hin sehr ähnliche DART hin man muss auch nicht alle Arbeiter einsetzen das heißt wenn man sagt man hat genug dann passt man und ich werde jetzt als nächstes nochmal ich gehe nochmal da hin und setze da einen Arbeiter ein ich gehe mal da hin dann gehe ich doch mal da hin dann gehe ich da hin dann gehe ich hier hin und ich passe jetzt das macht man in dem Sinne so dass man hier das Haus das man bei der Brücke hat nach vorne schiebt und der erste der dann gepasst hat der kriegt auch den Startspieler für die nächste Runde und jetzt ist es auch noch so für alle weiteren die jetzt noch nicht passen wollen sondern weiterspielen wollen die müssen zusätzlich das heißt wenn ich jetzt noch den Arbeiter zum Beispiel hier einsetzen wollen würde muss ich einen weiteren Arbeiter ins Camp schicken das heißt für alle Spieler die nach dem ersten Spieler der gepasst hat noch weitermachen wollen für die wird das Einsetzen teurer das heißt die müssen neben dem eingesetzten Arbeiter immer einen zusätzlichen noch ins Camp schicken und das möchte ich jetzt mal nicht so gerne von daher würde ich jetzt auch mal passen und würde nichts weitermachen so dann kommen wir zur zweiten Phase der sogenannten Aktivierungsphase beginnend beim Stadttor werden jetzt alle Gebäude auf denen Arbeiter stehen aktiviert aber nur die Gebäude die hinter dem Vogt sind also bis zum Vogt hin werden sie aktiviert Gebäude die vor dem Vogt liegen die werden nicht aktiviert das heißt dieses Gebäude wo Christian ja ein Arbeiter eingesetzt wird wird momentan nicht aktiviert werden es sei denn Christian kann hier an der Mitte der Gildenbrücke mit der Funktion den Vogt nochmal bewegen so und jetzt mal stehen wir halt eben die Straße längs wie Michael ja schon gesagt das heißt hier erstes Feld sie hat einen eingesetzt sie muss jetzt ein Holz abgeben er hat allgemeinen Vorrat und hat dieses Symbol das ist mehr oder weniger so eine französische Lilie in Gold wie auch immer das sind sogenannte Gunst man kann jetzt die Gunst einmal nutzen wenn ich die Gunst nutze habe ich entweder zur Auswahl entweder ich nehme mir das oder ein Charakterplättchen das bei einem meiner Mitspieler liegt da kann ich mir eins aussuchen hier hätte ich jetzt ja nur das zur Auswahl oder ich nutze eins der Gebäude bei der Baustelle wobei man da einschränken muss man muss schauen wo der Rundenzähler steht das heißt in den ersten drei Runden kann man nur das erste Gebäude nutzen ab der vierten Runde kann man sich eins von diesen beiden Gebäuden aussuchen also von den ersten beiden und ab der siebten Runde kann man sich von allen drei Gebäuden eins aussuchen das heißt momentan würde für mich nur dieses Gebäude zur Wahl stehen und als zweites wenn ich die Aktion mache also Christian nicht dieses Plättchen wegnehme sondern sage ich nutze ein Gebäude bei der Baustelle darf ich wenn hier noch Charakterplättchen auslegen mir auch noch zusätzlich ein Charakterplättchen nehmen und ich mache das jetzt mal das heißt ich nehme mir da ein Holz das erste Gebäude darf ich ja nur nutzen und dann nehme ich mir noch ganz gerne dieses Charakterplättchen hier und das bedeutet jetzt immer wenn ich ein Holz ein Steingebäude oder wenn ich ein Monument baue dann bekomme ich zusätzlich einen Siegpunkt so der eingesetzte Arbeiter kommt ins Camp der macht erstmal Pause genau so nächstes Feld wo keiner drauf ist würde bedeuten man hätte ein Tuch das sind diese lilafarbenen Zylinder wenn man das abgibt dann darf man ein Haus von sich nehmen und bei einem von den gelben von den goldenen Gebäuden heransetzen so das würde dann so zum Beispiel aussehen genau haben wir jetzt nicht Christian hat jetzt hier die Möglichkeit er kann jetzt ein Holzgebäude bauen das sind jetzt die sieben die da ausliegen und muss dann die entsprechenden Baukosten natürlich abgeben genau und das mache ich einfach mal das heißt also ich gebe jetzt einmal ein Holz und ein beliebigen aus für dieses ich zeige euch das hier einmal ganz kurz in der Nahaufnahme Christian hat jetzt hier einmal ein Holz und hier darf er einen beliebigen Rohstoff abgeben mit Ausnahme von Gold mit Ausnahme von Gold genau nur die anderen vier die da drauf sind und bekommt jetzt sofort einmal drei Siegpunkte dafür weil die oben drauf sind die werden verdeckt gesammelt genau jetzt muss Christian die Gebäude die man baut muss man immer auf das erste freie Feld auf der Straße stellen genau und Effekt wäre eben wenn da jemand drauf geht kriegt er drei Arbeit aus dem Käse muss Christian dann noch sein Häuschen einsetzen genau um zu zeigen dass ich das bin weil in einer späteren Runde wenn jetzt irgendeiner wenn ich selber da reingehe habe ich nachher diesen Effekt so er aktiviert wird wenn mich hier da reingeht kriege ich immer einen Siegpunkt das heißt immer der Besitzer sage ich mal bekommt einen Siegpunkt wenn ein fremder Arbeiter dieses Gebäude betritt genau das kommt auch zusätzlich das hatte ich vorhin nicht gesagt mag es mir nochmal eins von den Gebäuden geben wo dann auch immer der andere noch was bekommt bei den Steingebäuden ist es da ich hatte ja vorhin ein zweigeteiltes Gebäude gezeigt sagt nehmen wir jetzt mal an das ist Christian das heißt hier würde ein schwarzes Haus oben drüber stehen und ich stelle mich da drauf dann würde ich ja in der Ertragsphase dieses hier bekommen sprich zwei Steine ein Tuch Christian würde weil es sein Gebäude ist ein Stein bekommen und immer in der Planungsphase wenn man seine Arbeiter also draufsetzt also seine Arbeiter praktisch verplant dann bekommt der Eigentümer des Gebäudes einen Siegpunkt es sei denn man hat dieses dieses Charakter Plättchen dann würde man sogar zwei Siegpunkte bekommen für jedes Gebäude das durch einen fremden Spieler aktiviert wird beziehungsweise in der Planungsphase besetzt wird nicht aktiviert wird gut dann gehen wir hier weiter du hast ja schon dein Arbeiter kommt natürlich auch weg und dann kommen wir hier einmal zu diesem Feld hätte da sich jemand hingestellt dann hätte er diesen Vogt zwei Felder vor oder zurück bewegen können also null ein oder zwei Felder vor und zurück bewegen können das heißt er hätte sagen können ich lass ihn stehen oder ich setze ihn einen Schritt zurück oder zwei und das gleiche auch vorwärts da steht jetzt aber keiner drauf von daher wird dieses Gebäude nicht aktiviert jetzt kommen wir zur Bildenbrücke die wird immer aktiviert jetzt in Reihenfolge wie man hier seine Häuser draufstehen hat das heißt Christian zuerst kann sich entscheiden ob er ein bis drei Arbeiter abgibt aus seinem Vorrat und ins Camp stellt um den Vogt entsprechend so viele Schritte wie er Arbeiter abgibt vorwärts oder zurück zu bewegen möchtest du den Vogt bewegen? ich will ich gebe mal sicherheitshalber drei ab ich will da kein Risiko eingehen beziehungsweise warte mal doch ich gebe zwei ab und zwar springt er immer zwischen die Gebäude quasi zwischen den Straßen eins, zwei, drei also hier sind quasi die Leerräume wo nachher die Gebäude reinkommen würden das heißt man sieht schon er kann auch schon über leere Felder hinweg gehen er steht aber wie Christian sagt auf der Straße aber leere Felder kann er halt auch schon überschreiten das heißt ich hätte auch hier theoretisch noch einen Arbeiter einsetzen können und hätte dann eins, zwei, drei dann wäre das nämlich auch nachher noch mit aktiviert worden Christian hat ihn jetzt vorwärts gesetzt das zeigen wir ja nochmal weil wenn er dahinter gestanden hätte hätte er hier in dieser Phase keinen Ertrag bekommen gut, jetzt kann ich mich noch entscheiden ob ich Arbeiter abgebe um auch ein bis drei Schritte den Vogt vor oder zurück zu bewegen ich könnte es also drei abgeben um ihn eins warte mal eins, zwei, drei ich könnte ihn ja sogar wieder zurück bewegen ja mach doch mal dann zeigen wir doch mal wie nett das ist wenn man den Vogt zurück bewegt eins, zwei, drei so und jetzt habe ich das unglaubliche Glück dass meine Charakter gerade gesagt dass ich nämlich noch einen Schritt in irgendeine Richtung mit dem Vogt gehen darf und das finde ich jetzt auch das Gute dass man das nach der Gehlenbrücke macht und ich habe mal wieder nicht aufgepasst was du diesen Charakter hast dann nehme ich die und stehen einmal nach da vorne und das bedeutet nachher wenn wir hier zu diesem Gebäude kommen den kann ich nutzen den Arbeiter also sprich ich kann das Gebäude entsprechend nutzen hätte der Vogt da gestanden hätte ich das nicht gedurft dann wäre der Arbeiter ins Camp gekommen und ich hätte mit sauren, sehr sauren Gurken gehandelt ist aber nicht passiert ja das ist taktisch schon nicht schlecht dass man das auslöst wenn die Gildenbrücke abgewickelt ist so dann geht es hier weiter hier darf ich jetzt einen beliebigen meiner Rohstoffe abgeben um mir drei Arbeiter zu nehmen ich mache das mal ich gebe ein Holz ab der geht natürlich ins Camp und dann bekomme ich aber drei Arbeiter hier als Ertrag zurück dann geht es hier weiter der kommt ins Camp und ich bekomme eine Nahrung hier geht es weiter Christian muss einen Stein abgeben und bekommt dann kommt einer mit meinem Vorrat und dann kriege ich insgesamt vier auf dem Camp genau dann kann Christian hier nochmal einen Arbeiter abgeben wenn er möchte genau gebe ich aus meinem eigenen Vorrat und ich nehme ein Tuch selbstverständlich das sind immer die gleichen Spielzüge hier so ich nehme mir hier einen Stein und hier darf ich jetzt auch ein Gebäude bauen und ich werde da jetzt mal bitte gib mir bitte mal die genau das Stein also wo man Stein das Steingebäude nachher später bauen kann hier muss ich jetzt ein Holz abgeben ich gebe ein Holz ab und einen beliebigen da gebe ich meine Nahrung ab und dann bekomme ich sofort vier Siegpunkte und auch dieses Gebäude also das bedeutet dass wer sich hier nachher drauf setzt kann nachher Steingebäude bauen ansonsten können wir die nämlich momentan noch gar nicht bauen und das kommt hier auf das nächste freie Feld auf dem Spielplan die beiden muss ich hier noch abgeben und ich bekomme dann noch vier Punkte die Prestigepunkte legt man übrigens verdeckt vor sich ab alles andere ist sonst für alle Spieler im Spiel sichtbar genau jetzt nochmal ein Haus verlieren um zu markieren dass das dein Gebäude ist genau zack kommt er drüber so hier haben wir nichts liegen das wäre das gleiche was Christian schon hatte einen Arbeiter abgeben für eine beliebige Ressource außer Gold so und hätte der Vogt jetzt hier gestanden dann wäre Christians Arbeiter einfach ins Camp gegangen und Christian hätte das nichts genutzt dass er es eingesetzt hat der Vogt steht jetzt selber wieder da von daher bekommt Christians auch das was drauf ist nämlich eine Nahrung und ein Siegpunkt so das war jetzt die zweite Phase nämlich die Aktivierungsphase so die dritte Phase wäre jetzt hier die Lieferung an die Baustelle das heißt da müssten wir ja eigentlich einen Arbeiter eingesetzt haben ah ich habe schlecht kalkuliert guck mal ich hätte lieber einen Stein statt ein Holz abgeben müssen habe ich nicht aufgepasst also hätten wir jetzt in der Planungsphase dort Arbeiter eingesetzt könnten wir jetzt liefern außer ich ich habe ja diesen Charakter das heißt ich muss da keinen Arbeiter stehen haben um Bündel liefern zu können ich habe jetzt aber leider nicht aufgepasst hätte ich statt dem Holz von einem Stein abgegeben wo ich einen beliebigen abgeben konnte hätte ich jetzt hier noch drei verschiedene denn man muss grundsätzlich wenn man liefert muss man immer drei verschiedene Ressourcen abgeben wobei eine Ressource davon eine Nahrung sein muss genau das heißt ich hätte das machen können ich habe nämlich ein Fleisch, ein Holz und ein Tuch das wäre jünger außer man hat diesen Charakter hier bei diesem Charakter darf man sogar in jeder beliebigen Zusammenstellung Ressourcen liefern zum Beispiel drei Steine, drei Holz oder zwei Steine ein Tuch oder wie auch immer aber den hat jetzt ja keiner von uns von daher muss man hier immer mindestens eine Nahrung und zwei weitere verschiedene liefern wenn man das macht für jedes Bündel bekommt man fünf Punkte hier oben darf auch jeder nur einmal drinstehen das heißt wenn ich da schon einmal drinstehe sagen wir mal ich hatte jetzt diesen Charakter hier nicht dann kann ich da nicht nochmal ein zweites Mal reingehen macht aber auch keinen Sinn weil wenn ich drinstehe kann ich beliebig viele Bündel liefern das heißt wenn ich genug Ressourcen gesammelt habe ich habe meinetwegen davon jetzt ich sage mal vier vollständige Sätze könnte ich alle vier vollständigen Sätze abgeben mit diesen Ressourcen und würde insgesamt 20 Punkte bekommen dann wird noch geschaut wer bei dieser Lieferung die meisten Bündel geliefert hat und der der die meisten Bündel geliefert hat bekommt dann noch einmal die Möglichkeit Gunst zu nutzen Gunst hatten wir ja schon hier erklärt das heißt entweder man nimmt sich einen Charakter der bei einem Mitspieler liegt oder man nutzt ein mögliches Gebäude man muss natürlich gucken welche Runde sind wir momentan können wir ja nur das erste Gebäude nutzen sprich man könnte sich ein Holz nehmen und sofern denn noch Charaktere liegen dürfte man sich dann noch einen Charakter nehmen so dann kommen wir schon in die Phase 4 das ist die Verwaltungsphase genau die sehen wir da oben schon hätte jetzt jemand hier schon ein Haus gebaut bei diesem goldenen dann würde in dieser Phase jetzt aus diesem goldenen Haus eine sogenannte Residenz werden und man sieht hier schon immer wenn es eine Residenz wird das haben meine ich alle Residenzen gleich wenn man die umdreht genau immer wenn man sie umdreht kommt hier unten dieses Symbol drauf und das bedeutet dass wir jetzt nachher in der Verwaltungsphase wir haben da sowieso ein Grundeinkommen von drei Arbeitern das heißt wir bekommen in der Verwaltungsphase nachher gleich immer drei Arbeiter aus dem Camp zurück in unseren eigenen Vorrat hat man diese Residenz bekommt man immer noch einen zusätzlichen Arbeiter in dieser Phase wenn das dann hier passiert ist das heißt ich hätte vielleicht dieses goldene Gebäude gebaut das war ja hier möglich hatte Christian ja gesagt das heißt wenn ich jetzt hier in der Planungsphase einen Arbeiter drauf gesetzt hätte hätte ein Tuch abgegeben dann hätte ich ja dieses goldene Gebäude quasi bauen können und jetzt in der Verwaltungsphase drehen wir das ja um wird es zur Residenz und wenn das alle gemacht haben also alle goldenen Gebäude wurden umgedreht wurden zu Residenzen dann kommt als nächstes noch die Entscheidung ob man seine Residenz in Monumente umwandeln möchte und da gibt es auch verschiedene Monumente und da sieht man hier oben schon was die wieder an Siegpunkten bringen und hier was die Kosten sind mitunter sehr teuer bringen aber mitunter auch sehr viele Siegpunkte und auch hier sieht man wieder dieses Symbol das heißt jetzt in der Einkommensphase in der Verwaltung würde man wenn einem dieses Gebäude gehört sagen wir mal so ich würde jetzt ein Gold und ein Tuch bezahlen dann kann ich aus meiner Residenz in dieser Phase ein Monument machen dann lege ich das Plättchen hier oben drauf das heißt diesen Ertrag habe ich dann nicht mehr im Spielverlauf sondern ich habe diesen Ertrag jetzt neu das heißt ich würde in der Verwaltungsphase wenn ich drei Arbeiter bekomme noch zusätzlich ein Tuch bekommen das haben aber nicht alle Residenzen es gibt noch eine da kann man eine Nahrung bekommen und es gibt noch einen da kann man zwei Arbeiter nochmal bekommen ansonsten bringen die aber dann Siegpunkte und die sind auch begrenzt es gibt ja nur sieben Gebäude das heißt wenn die Residenzen äh wenn die Monumente weg sind dann sind die Monumente weg so dann gebe ich da auch nochmal wieder das hat jetzt ja aber keiner von daher können wir diese Phase quasi wir springen bei uns bei uns kann keiner je was in eine Residenz umwandeln auch keine Residenz in ein Monument Spieleanzahl abhängig bekommen wir jetzt Arbeiter wir bekommen jetzt in zwei bis vier Personen zum Spiel jeder drei Arbeiter als Grundeinkommen im Fünf-Personen-Spiel würde man zwei Arbeiter bekommen plus das sieht man jetzt hier auch wenn man jetzt schon Häuser hätte mit irgendwelchem Einkommen auch bei den Monumenten würde man jetzt dieses Einkommen dann auch dazu bekommen so dann wird der Startspieler der Startspieler sag ich schon der Rundenanzeiger ein weitergesetzt der Vogt wandert jetzt vor das letzte Gebäude auf der Straße wobei dazu zu sagen ist es liegt hierher noch dieses Steingebäude das haben wir ja von Spielanfang dahin gelegt das lässt man dabei außer Acht das heißt der Vogt springt nicht hierher der Vogt wird vor das letzte Gebäude auf der Straße gestellt das wird immer außer Acht gelassen es sei denn wir sind nachher schon so weit können wir da nochmal ganz kurz zwei Häuser einfach hinlegen das heißt sagen wir uns mal am Ende der nächsten Runde würde das so aussehen der Vogt hätte hier gestanden dann wird er dort hingestellt weil dann sind wir so weit dass wir die Zwischenräume bebaut haben nur solange die nicht bebaut sind wird das außer Acht gelassen und der Vogt wird vor das nächste freie Gebäude gestellt aber nicht vor das Steingebäude was von Spielbeginn dann dort schon ausliegt ok dann muss ich den Arbeiter noch zurücknehmen deiner kommt er noch weg genau jetzt bin ich der Startspieler und jetzt darf ich entscheiden was passiert und das erste was ich mache ist dass ich hier auf mein eigenes gehe da wäre ich ja auch sehr gerne hingegangen drei Arbeiter die ich auch gerne gehabt dann gehe ich mal hier hin und du bist dran jetzt habe ich leider weder Holz noch Tuch von daher kann ich die beiden Felder schon mal nicht belegen und wenn Christian die Ressourcen hat kann er das natürlich jetzt in aller Ruhe aus dem ganz zum Schluss machen weil ich die Felder ja nicht besetzen darf genau weil wie gesagt auf jedem Feld darf ja maximal einer stehen es sei denn man hat den entsprechenden Charakter den hat man aber nicht zumindest ist es ich nicht du gehst mal da hin es gibt ja auch gar kein Feld doch ich gehe mal da drauf und ich sehe gerade ich habe hier was übersehen was ich sehr gerne übersehe ich habe ja diesen Charakter hier wo wenn ich ein Holzgebäude einen Stein oder ein Monument baue immer einen zusätzlichen Siegpunkt bekomme und ich habe ja dieses wunderschöne Steingebäude da gebaut von daher bekomme ich nochmal einen Siegpunkt das habe ich das vergesse ich gerne übersehe ich gerne und ich bin dran ne ja ok dann gehe ich mal da drauf ich gehe da drauf dann gehe ich nochmal da drauf ich gehe dann einmal hier drauf ich möchte dann ganz gerne da hin gehen aha aha da hast du irgendwas vor vielleicht das könnte möglich sein so die werden jetzt eigentlich hier nach unten geschoben worden ich höre wieder zuerst auf das heißt ich schiebe mein Häuschen da nach vorne und bleibe entsprechend der Startspielerin so und ich müsste jetzt ja mal einen Arbeiter mehr investieren das möchte ich nicht von daher schiebe ich mein Häuschen auch mal und passe auf und dann werten wir hier wieder von der vom Statue aus an beginnend aus das heißt Christian gibts erstmal ein Holz ab so sieht es aus wobei das behalte ich gleich weil ich nutze die Geschichte das heißt ich nutze einmal hier dieses Gebäude bringt mir ein Holz und ich nehme dann bitte einmal die Geschichte Dankeschön also immer wenn jemand auf mein Gebäude jemand wenn Michaela dort einen einsetzt kriege ich dann zwei Siegpunkte genau und statt einer also wie gesagt immer wenn ich jetzt also wenn ich jetzt hier eingesetzt hätte in der Planungsphase dann hätte Christian sofort einen Siegpunkt bekommen also immer wenn man in der Planungsphase einen Arbeiter auf ein fremdes Gebäude einsetzt bekommt der Eigentümer sofort einen Siegpunkt genau nächste Geschichte geht wieder ins Camp ich gebe ein Tuch ab und dafür jetzt eins meiner Gebäude ich habe eins von diesen gelten güldenen Stellen Randstellen in Anführungszeichen das kann man auch machen bei Gebäuden wo jetzt momentan Arbeiter drin ist das hat keine Relevanz und ich gehe einmal dort rein genau weil die werden ja nachher erst in der Verwaltungsphase umgedreht dann bist du schon wieder dran genau das heißt ich gebe jetzt einmal ein Holz und ein Fleisch ab oder Nahrung und hole mir dieses das bringt mir zwei Siegpunkte die entsprechenden Rohstoffe habe ich bezahlt kommt dann an die nächste freie Stelle und ich kriege mit einmal zwei Prestigepunkte und wir kommen wieder zurück und du bist dran jetzt kann ich den Vogt null bis zwei Felder vor und zurück bewegen ich möchte zwei Felder gerne vorwärts gehen und Christian darf sich jetzt entscheiden weil wir wieder bei der Gildenbrücke sind ob er den Vogt null bis drei Schritte vorwärts oder rückwärts bewegt muss aber dementsprechend auch dann Arbeiter abgeben so ich gebe mal nein du bist nicht böse oder doch ich bin böse ich gebe mal zwei ab und wir geben mal zwei zurück wie fiese dann gebe ich ganz gerne mal einen ab weil das reicht mir schon und gehe einen Schritt nein ich übersehe wieder Christian ich gebe zwei aber diesmal habe ich es mir gemerkt ich vergesse das so gerne dass du noch den hast ich weiß gar nicht was du willst ich nutze den hier trotzdem ich gehe einfach einen nach vorne hat keine Relevanz aber sieht so aus als ob ich nicht gewissen wäre aber ansonsten bist du wahrscheinlich einen Schritt zurückgegangen oder ja ja ist klar das haben wir ausgewählt dann geht es hier weiter ich muss den ins Camp schicken und bekomme eine Nahrung ich darf hier einen Stein abgeben ach ja hier ist der Vorrat danke und bekomme ich immer nochmal drei dazu vier Arbeiter und Christian ist dran so ich gebe einen Arbeiter ab also der der steht sowieso noch ins Camp und ich nehme mir wieder ein Tuch ach ne langweilig der muss ins Camp und ich bekomme einen Stein dafür hier darf ich muss ich den abgeben plus einen Arbeiter und dafür nehme ich mir ein Holz hier kriege ich ein Fleisch und ein Nahrung äh ein Sieg und Entschuldigung ein Fleisch Fleisch und Nahrung ist das Gleiche da bekommst du nochmal drei Leute aus dem Camp und der kriegt ins Camp hier darf ich jetzt ein Steingebäude bauen jetzt muss ich mal ganz kurz eben gucken welches ich wollte ich wollte eins gib mir bitte mal das oben in der Mitte das was ein das kostet mich jetzt einen Stein und eine Nahrung das gebe ich ihnen allgemein vor Ort ab ich bekomme drei Punkte plus meinen Charakter ich habe diesmal dran gedacht insgesamt vier Prestigepunkte und das muss ich jetzt auch auf die nächste freie Feld legen und du hast da dein Häuschen nicht hingestellt ne aber sonst nehme ich das ein ich kann ja vielleicht gibt es ja vielleicht eine Eroberung das müssen wir vielleicht auch noch einführen in der nächsten Erweiterung glaube ich so da habe ich da gebaut das heißt der kommt auch ins Camp und dann haben wir schon wieder ich sag mal alles ausgewertet wir haben alles aktiviert die Arbeiter wurden eingesetzt das würde man nochmal schauen bei der Baustelle steht ja kein Arbeiter aber ich habe ja mit meinem Charakter hier kann ich das ja auch aktivieren wenn ich da nicht stehe und das mache ich jetzt mal ich muss ja drei verschiedene Ressourcen abgeben und da muss immer eine Nahrung dabei sein es sei denn man hat den entsprechenden Charakter den ich euch schon gezeigt habe das gebe ich jetzt alles ab dann bekomme ich einmal fünf Siegpunkte hier bei diesem Charakter kann man vielleicht jetzt auch nochmal ganz kurz sagen da ist es so wenn ich ein Bündel liefere und da ist mindestens ein Gold dabei bekomme ich fünf zusätzliche Siegpunkte in dieser Phase habe ich jetzt aber nicht und ich hätte auch kein Gold gehabt von daher bekomme ich jetzt einmal fünf Siegpunkte sonst bin ich ja die einzigste gewesen die Bündel geliefert hat damit habe ich auch die meisten Bündel logischerweise geliefert jetzt darf ich mir wieder was aussuchen entweder ich nehme von einem Mitspieler ein ausliegendes Charakterplätzchen oder ich nutze hier die Gebäude ich darf nach wie vor immer nur das erste Gebäude nutzen also ich nehme jetzt hier mein Holz und dann nehme ich mir noch diese Charaktertafel so und jetzt kommen wir schon in die Verwaltungsphase das heißt es werden alle gelben Gebäude in Residenzen umgewandelt das heißt Christians gelbes Gebäude wird in eine Residenz umgewandelt mehr gibt es noch nicht die umgewandelt werden können weil die anderen noch nicht im Besitz von Christian oder von mir sind und jetzt kommen wir als nächstes in die Phase wo man seine Residenz auch in ein Monument umwandeln kann und zwar geht das hier los und spielt also in Reihenfolge von der Gildenbrücke aus gesehen das heißt man läuft hier los und wenn ich jetzt hier vor Christian mit diesem Gebäude dürfte ich also wenn ich jetzt hier stehen würde und das wäre auch gerade eben umgedreht worden in eine Residenz dürfte ich mir als erstes aussuchen welches Monument ich denn bauen wollen würde also das geht dann wiederum dieses Umwandeln von Residenz in Monument hier von der Gildenbrücke in Reihenfolge der Straße entlang ich habe das aber nicht von daher darf Christian sich jetzt irgendeines aussuchen ohne dass ihm da einer ins Handwerk vorstellt genau ich kann es natürlich bezahlen okay das Gold hatte ich nicht aber das Gold hast du dir jetzt genommen ja und das vorzuführen wie das eben wäre okay also wir tun jetzt mal so als wenn Christian diese Ressourcen gehabt hätte dann würde er jetzt das Gold und das Tuch was er sich gerade eben aus der Kasse genommen hat aber das hat er natürlich sonst im Spielverlauf tun wir jetzt mal so hätte er es bekommen das heißt er bekommt jetzt hier einmal 5 Punkte und dann legt er dieses Monument hier drauf dann kommen wir zum nächsten Schritt das heißt man bekommt jetzt wieder Grundeinkommen 3 Arbeiter hätte Christian dieses Monument nicht gebaut hätte er 4 Arbeiter bekommen denn pro Residenz die man hat bekommt man in dieser Phase ein Arbeiter mehr das heißt jeder von uns bekommt jetzt wieder 3 Arbeiter Grund es gibt ja nachher auch noch einen Charakter den kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen wenn man den hat bekommt man in der Phase auch grundsätzlich immer einen Arbeiter dazu also jetzt in 2-4 Personen spielen immer 3 Arbeiter dann wie gesagt die Erträge von den Monumenten das heißt Christian bekommt hier nochmal ein Tuch dazu dann kommt der Rundenzähler wieder ein weiter und der Vogt würde jetzt er steht schon vor dem letzten Plättchen auf der Straße in dem Fall ist es jetzt das zu Spielbeginn platzierte Steinhaus wo er jetzt ja stehen darf weil die Plättchen dazwischen oder die leeren Plätze dazwischen schon befüllt worden sind ja und so spielt man jetzt 9 Spielrunden und am Ende der 9. Runde würde man noch pro Gold dass man in seinem Besitz hat dann nochmal 2 Siegpunkte oder 2 Prestigepunkte bekommen und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel und bei Gleichstand teilt man sich den Sieg und ich würde sagen heute darfst du mal anfangen mit dem Fazit Jo gerne also ich sag mal von den Regeln her war es ziemlich schnell zu erlernen sag ich mal das Schöne ist auch wirklich man folgt im Prinzip jedes Mal der Straße also wenn man die einzelnen Gebäude aktiviert oder guckt ob sie aktiviert werden läuft man in die Straße längs dann landet man hier bei der Baustelle da wird entweder eine Aktion ausgeführt oder nicht dann werden die entsprechenden Aktionen hier durchgeführt dann ist das Rundenende wo man seine zusätzlichen Arbeiter bekommt dann sieht man ja auch die Figur von dem Vogt wird in die entsprechende Stelle gepackt und nächste Runde weiter also ich finde das optisch total gut gelöst auch so was was bedeutet sobald man eben weiß okay das und das sind die Ressourcen das und das sind die Symbole zum Beispiel für Bauen Holzgebäude bauen oder eben hier ein Steingebäude bauen wie funktioniert das mit dem Umdrehen ich kriege hier einen Ertrag das passiert mehr oder weniger automatisch oder ich hole mir halt eben hier wenn ich die entsprechenden Ressourcen abgeben kann dann das Teil und packt oben drauf das hat man gefühlt nach einem Spiel hat man das echt drauf sag ich mal mehr oder weniger was ein bisschen blöde war war von der Farbgebung her also wir sitzen ja immer also ich sehe ja immer alles auf dem Kopf das ist das Handicap das ich bei jedem Spiel quasi habe dann ist es schon kein Handicap sag ich nochmal ganz kurz die zwei Sachen in die Kamera bitte und zwar auf Entfernung hatte ich echt immer Probleme zu unterscheiden ist das Holz oder ist das Stein aber das muss ich auch sagen hatte ich am Anfang weißt du noch die ersten zwei Spiele da hatte ich auch die falschen Ressourcen gesammelt also es ging nur nicht dir so auf den Kopf das ging sogar mir so dass ich hier Stein gesammelt habe oder umgekehrt Holz gesammelt habe das hatte ich am Anfang auch nicht ganz erkannt genau weil da irgendwie die Farbe vom Holz ist irgendwie grau und das hätte man ein bisschen brauner machen können weil ich habe da echt gesammelt 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 nehme mir dann die Karte und dann sehe ich plötzlich oh das ist gar kein Stein das ist Holz verdammt und damit hatte ich natürlich die komplett falschen Ressourcen gesammelt die nicht so in meine Strategie reinpassen da muss man aufpassen also wie gesagt hier Holzstein Obacht Achtung an der Warnstein aber das hat man dann auch für nicht wenn man es dann mal falsch gemacht hat nachher hat man es dann auch genauer hingeschaut wir haben es aber auch 2-3 Mal falsch gemacht das stimmt ehrlich gesagt also von daher ist dann so die Charaktere da muss man eigentlich im Prinzip jedes Mal einmal nachlesen um sie zu verstehen aber auch dann hat man sie echt drauf gehabt und das ist auch so echt schön bei dem Spiel es ist relativ viel Abwechslung dabei also A welche Charaktere liegen überhaupt aus welche nehme ich mir davon was liegt hier oben aus was für Erträge bringt mir das in welcher Reihenfolge sind auch hier diese Gebäude also dadurch ist schon eine gewisse Varianz da wobei ich sagen muss wir haben es jetzt mehrmals gespielt es reduziert sich doch immer auf relativ ähnliche Spielzüge die man macht es ist schon sehr repetitiv ja definitiv und gerade wenn man halt eben eine Strategie gefunden hat die einem gefühlt liegt wo eben auch so die Sachen zusammenkommen das letzte Spiel das wir gemacht haben da habe ich mal was ganz Neues probiert bin damit relativ auf die Nase gefallen das hat gar nicht so funktioniert und Michaela ist da echt ich glaube du bist hier oben ziemlich stark gewesen irgendwie ein Effekt bloß noch mal ihren Charakter und hier und da und da hatte sie irgendwie nachher über 100 Punkte und ich kaufte da so mit 80 rum von daher es macht Spaß und es ist trotz der einfachen Regeln und des Verständnisses das relativ schnell da ist finde ich schon ein Kennerspiel weil man muss wirklich sehr konzentriert das spielen weil man läuft hier längs und da muss man eben aufpassen was habe ich denn überhaupt wenn ich nachher hier an dieser Stelle bin äh das ist ein schlechtes Beispiel ich will was bauen ich will ein Holzgebäude bauen alles klar habe ich denn zu dem Zeitpunkt wo dieses Gebäude aktiviert habe ich denn überhaupt die Rohstoffe dafür oder schon hier vorne habe ich in der letzten Runde habe ich mein Holz schon verballert weil ich für ein Holzgebäude brauche ich deswegen immer ein Holz plus irgendein anderes einen anderen Rohstoff genau wie bei Stein auch immer ein Stein braue oder habe ich zum Beispiel ich habe Stein aber das war jetzt hier bei dem da ich gehe da drauf weil ich brauche eigentlich noch Arbeit und das einzige Steinteil das ich habe gebe ich dafür ab verdammt und jetzt wollte ich eigentlich ein Steingebäude bauen ich habe es nicht weil es gibt eben keine Joker-Ressourcen wo man sagen kann das behalte ich für mich zurück damit kann ich jedes Loch das entsteht quasi stopfen das funktioniert nicht und da muss man echt verdammt aufpassen auch wie kretscht mir der andere Spieler mit rein also man kann das Spiel teilweise echt aggressiv spielen also haben wir teilweise auch gemacht ich möchte mich ja jeder da gar nicht aus der Schusslinie nehmen das letzte Spiel hat sich ziemlich aggressiv gespielt wo ich mich noch zurückgehalten habe weil wenn ich zum Beispiel genau weiß sie hat einen Stein und plant halt eben weil sie ganz wenig Leute hat plant auf alle Fälle hier rein zu gehen das merkt man irgendwann man merkt eben wie der andere spielt was er so mit seinen Ressourcen sehr wahrscheinlich vor hat da kann ich einfach sagen verdammt gehe ich da eben rein verliere ich zwar einen Arbeiter aber sie bekommt keine vier hm das kann sich rechnen oder ich mache eben irgendwas anderes dicht oder auch diese Geschichte mit dem Vogt ich packe den dahin dass ich auf alle Fälle gewertet werde oder ich packe ihn halt eben ganz weit nach hinten wir hatten auch teilweise Geschichten gehabt da hatte mich ja jeder echt so die letzten drei gehabt und ich bin einmal hier da rein konnte zwei zurückgehen hatte dann vielleicht noch den Charakter konnte drei zurückgehen dann hätte sie zwar hier nochmal drei einsetzen können aber ich konnte dann mit drei Arbeiter von mir nochmal gegensteuern und da hat man echt teilweise Arbeiter eingesetzt die einem überhaupt nichts gebracht haben und es ist alles das habe ich echt total häufig vergessen diesen letzten Schritt der ist auch ganz schön gefährlich jedes Mal kann eben noch einen echt wichtigen Zug bringen oder nicht oder einen Effekt einen Ertrag nochmal bringen an der Stelle und Arbeiter wie auch Ressourcen wie auch Häuser ist echt mangelbar also da muss man auch aufpassen also ich hatte ein Spiel da bin ich extrem so auf Häuserbau gegangen weil ich mir dachte hier versuchst man darüber die Siegpunkte zu kriegen und irgendwie gefühlt in der fünften oder sechsten Runde hatte ich plötzlich keine Häuser mehr und dann sitzt man da und kann echt nicht mehr viel machen irgendwie gefühlt und das hatte ich so bei den letzten zwei Spielen in Anführungszeichen so die letzten drei die letzten zwei Runden wo ich mir dachte ja ich kann jetzt sowieso nicht mehr in der Strategie die ich vor hatte agieren und ich kriege auch nicht die Ressourcen die ich brauche um noch irgendwas anderes zu machen weil ich zum Beispiel hier schon alles umgedreht hatte oder weil hier alles weg war oder das eben sich nicht großartig für mich gerechnet hat und das ist auch so eine Geschichte das hat mir bei dem Spiel nicht gefallen also A Downtime teilweise echt lang ist natürlich immer abhängig von der Spielerkonstellation denkt man viel nach weil man eben schon seine zehn Schritte vordenken muss das ist irgendwo zwingend bei dem Spiel und wir haben es dann so zweitgespielt also wenn es eben so parallel läuft ist Downtime ja nicht schlimm aber wir haben eben so teilweise so zack ich setz ein du setz ein zack 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 aber dann an irgendeiner Stelle verdammt jetzt hat der mir genau das Feld weggenommen was ich brauche okay Strategie wechsel ich muss nochmal meine letzten fünf Arbeiter komplett neu organisieren einteilen überlegen während der andere halt eben ja in seiner eigenen Strategie ist und da kommt eben Downtime ist auf alle Fälle da es ist ein Strategiespiel es ist ein Kennerspiel aus meiner Warte von daher ist Downtime nicht so schlimm aber teilweise ist es wirklich so weil in der Downtime des anderen Spielers kann ich selber nichts machen weil ich weiß ja da und da will ich einsetzen Punkt da passiert nichts also da muss man es einfach aussetzen und ich finde auch neun Runden bei dem Spiel gefühlt echt zu lang also ich finde sieben Runden hätten gereicht vielleicht acht also ich hatte es echt ganz häufig die letzte Runde oder die vorletzte Runde brachte mir an Spielspaß nicht mehr so viel auch keinen Mehrwert was großartig Siegpunkte betraf von daher ich hätte es mehr denn sieben Runden bei dem Spiel auf alle Fälle gereicht lange Rede kurzer sind was ich auch sagen muss Preis-Leistung 40 Euro hast du gesagt finde ich total genial also wir haben einen riesigen Spielplan wir haben jede Menge Material für bis zu 5 Leute 5 Leute 5 Leute sind es 5 Leute ja dicke Kartonage schöne Illustration finde ich total in Ordnung also 40 Euro für so ein Spiel mit dem ganzen Zeug was dabei ist ist echt gut da gibt es Spiele die sind 50% teurer und haben weniger dabei von daher richtig schön gemacht auch so diese Optik es ist genug Platz da es ist überall richtig der Platz also ich kann hier mein Haus hinstellen das passt ich kann hier meine ganzen Leute einsetzen das passt ich kann mit dem Vogt genau dazwischen gehen also es ist nicht alles irgendwie gedrungen oder so man hat hier echt Platz und das ist auch sehr sehr angenehm wenn da mal was verrutscht weiß man noch ja klar das Haus stand da es ist nicht irgendwie nach links und nach rechts gerollt weil da genügend Platz links und rechts daneben ist lange Rede relativ kurzer Sinn mir hat das Spiel Spaß gemacht ich habe es jetzt oft genug gespielt muss ich sagen wie gesagt von der Zeit 7 Runden hätten wir gereicht aber es ist okay und ich gebe dem einfach mal ein gut 7 Punkte 7 Punkte ja ok dann mache ich mal weiter von der Spielzeit mal ganz kurz wir haben trotzdem mal in Anführungsstrichen nur um die 60 Minuten gespielt finde ich jetzt für dieses Spiel für mich persönlich nicht zu lang ich sagte ja gerade eben schon ich habe es ja kurz eingeworfen bei Christian wir haben es bisher nur zu zweit gespielt von daher können wir das Zwei-Personen-Gefühl nur weitergeben ich kann mir vorstellen zu dritt zu viert und zu fünft je nachdem mit mehr man spielt also es sind dann ja unterschiedlich ich glaube zu dritt und zu fünft ich weiß gar nicht auf wieviel hat man unterschiedliche ja Arbeiter zu Spielbeginn zu zweit hat man ja zehn ich glaube bei den anderen Spielen nachher in bestimmter Konstellation nur sechs zu Spielbeginn aber es wird natürlich hier vorne auch voller ne man hat natürlich zu zweit noch so ein bisschen mehr okay nehme ich erstmal das Gebäude wenn ich jetzt sage ich brauche unbedingt die drei Gebäude welches nehme ich jetzt zuerst welches ist mir am wichtigsten welches setze ich erstmal ein das andere kann das der andere in dem Moment dann ja noch besetzen das kann ich nicht bekommen also da muss man immer hin und her überlegen während wenn man mit drei vier fünf Spielern spielt wird es ja noch enger hier weil man hat ja nicht mehr Gebäude auf der Straße sondern die sind dann ja noch schneller weg das heißt dann muss ich jetzt überlegen ich bin dran dann kommen vier Leute nach mir ja und wenn ich dann dann können schon vier Gebäude weg sein die ich interessant gefunden habe zu zweit ist ja nur ein Gebäude das dann wieder weg ist es kommen ja nicht es kommen zwar mehr Gebäude rein weil natürlich mehr Leute bauen können ja aber eben sukzessive weil es gibt ja nur ein zwei drei Felder wo gebaut werden können das heißt wenn das dann schon gebaut wurde wenn das schon gebaut wurde das heißt neun kommen eben pro und maximal dann auch drei nach genau und das hier kann ja vielleicht auch relativ schnell umgedreht werden wenn man nämlich hier mit einem Tuch was als erstes nimmt dann wird das in der Verwaltungsphase sogar schon umgedreht also von daher wird das da denke ich mal vom ja was setzt sich zuerst ein also mein Timing welchen Arbeiter setzt sich auf welches Gebäude spielt da glaube ich noch eine größere Relevanz dann weil natürlich die Gebäude dann bis ich wieder dran bin schon wieder weg sein können vom Besetzen her und dann spielen natürlich bestimmte Charaktere wie zum Beispiel dieser Charakter wo ich hier zum Beispiel das eine ich glaube das war der hier wo du einmal mit dazustellen kannst oder es gibt ja auch noch einen Charakter wo ich halt vor dem Startspieler bevor der dran ist auch einen einsetzen darf dann muss ich zwar zusätzlich noch einen Arbeiter ins Camp schicken aber da kommen natürlich solche Charaktere so sie dann im Spiel sind dann letztendlich dann natürlich noch wichtiger ja kommen dann noch wichtiger mit dazu also von daher denke ich mir da wird es dann noch wichtiger und da wird es natürlich auch noch mehr Schlägereien in Anführungsstrichen geben um die Gebäude letztendlich auch mit dem Vogt dann im Zwei-Personen-Spiel kann ich natürlich auch viel besser kalkulieren wie viel bewegt sich der Vogt weil wenn ich jetzt hier einsetze weiß ich ich setze ihn vielleicht weil ich möchte noch wie vor zwei Felder vorsetzen dann weiß ich Christian okay da kann man ja auch beobachten wie viel Arbeiter hat er nachher noch wenn er gepasst hat um so viel Felder kann er den Vogt ja maximal vor und zurück bewegen klar weil dieser Charakter noch im Spiel hat den muss man natürlich auch immer noch im Blick behalten weil der natürlich nach der Gildenbrücke kommt und dann kann der natürlich noch aus Zünger an der Waage sein wenn ich dann so ich sag mal wie gerade eben das übersehen habe und nur einen abgebe aber vielleicht noch zwei hätte und lieber dahin hätte gehen können und Christian setzt dann dadurch zurück und ich kriege dann dadurch den Ertrag des Gebäudes das ist natürlich ärgerlich und das natürlich je mehr Leuten man spielt wird das natürlich auch noch unübersichtlicher wo wird der Vogt nachher letztendlich stehen ja und ganz kurz wenn ich da noch einhaken darf auch diese Geschichte so man ist dann auch irgendwie auf diese Situation ich muss jetzt den Vogt bewegen total fixieren dann sagt man hey okay ich habe noch drei Arbeiter habe ich noch ich baller die alle rein um dem anderen halt eben einen reinzuwirken einen reinzuwirken und schwupps ach verdammt ich hätte ja da einen gebraucht um an irgendeinen Rohstoff zu kommen den ich brauchte um irgendwas zu bauen zum Beispiel und da muss aus rechts schon höllisch aufpassen dass man dann wirklich konzentriert das durchspielen in Anführungszeichen wobei man muss natürlich auch gucken ich habe auch bei Christian wenn Christian zum Beispiel in einer Runde auf dieses Gebäude gesetzt hat dann habe ich schon gar nicht mehr so geguckt dann habe ich das Feld auch gar nicht mehr überlegt weil ich habe mir gedacht er wird der da nicht hinsetzen um den Arbeiter zu verschwenden weil dann wird er den Vogt auch noch ein Feld weiter vorbewegen wollen also das kann man natürlich auch gucken aber das ist natürlich mit mehr Spielern ich habe gehört es soll mit mehr Spielern besser sein kann ich nicht beurteilen wir geben jetzt hier nur die ich sag mal Bewertungen oder wie uns das Spielgefühl für zwei Personenspiel gefallen hat das können wir jetzt hier nur abgeben ich muss für mich aber auch sagen ich muss es jetzt gar nicht unbedingt mit mehr Personen spielen weil wie gesagt ich denke mal so die es funktioniert zu zweit ich habe ja gerade schon gesagt wo ich die Veränderungen sehe die wenn man es mit mehr Personen spielt von daher weiß ich nicht ob es dadurch besser wird schreibt gerne mal in die Kommentare wenn ihr das Spiel schon mit mehr als zwei Personen gespielt habt wenn ihr sagt doch dadurch wird es wirklich deutlich besser probiert das lieber nochmal mit mehr Personen aus dann schauen wir das fällt auch nochmal an momentan muss ich sagen ist es für mich kein Spiel wo ich sage ich muss es zwingend auch nochmal mit drei oder vier oder fünf Personen spielen weil mir hat es so zu zweit auch gefallen wie gesagt das wird hier bestimmt ein bisschen ja quirliger auf dem Spielplan werden je mehr Personen am Spiel beteiligt sind ansonsten zur Anleitung hatte Christian ja schon gesagt ich hatte die vor gelesen die ist wirklich echt gut geschrieben auch sehr schön gebildert also man kommt wirklich sehr gut rein ins Spiel also auch alle Phasen nochmal nacheinander aber wie Christian schon sagte das finde ich ist ja auch wirklich auf dem Spielplan echt super gemacht man fängt ja mal hier vorne an läuft dann das ab und von daher das ist echt super bebildert da kommt man wirklich super gut rein in das Spiel und das muss ich auch sagen also vom Einstieg dann gibt es ja auf der Rückseite nochmal die Spielhilfe nochmal so ein Kurzüberblick dass man nochmal hinlegen kann was braucht man am Anfang also das finde ich auch nochmal schön zusammengefasst also das ist wirklich sehr schön gemacht in dem ein Spiel wo Christian meinte das fand ich auch ganz interessant ich hatte am Anfang bin ich auch viel auf die Gebäude gegangen und dann hatte ich mal diese beiden Charakter Karten die hat Christian mir auch im gesamten Spielverlauf nicht strittig gemacht das heißt er hat mir über die Kunst keine davon geklaut oder dann vielleicht in der nächsten Runde auch die zweite nicht das ist zum Beispiel hier was ich gerade eben schon hatte dass ich da oben bei der Baustelle ohne einen Arbeiter einzusetzen das nutzen kann und hier für jedes Bündel dann nochmal ein mehr bekommen und da habe ich einfach mal getestet ich habe einfach mal Rohstoffe gesammelt Christian ist hier munter auf die ganzen goldenen Gebäude hatte immer sein Tuch das habe ich auch ganz häufig vergessen dass man dann ja wenn man es dann weil ich kann das ja nur am runden Anfang gebrauchen also muss ich zum Ende der letzten Runde auf jeden Fall ein Tuch oder am Ende der jeweiligen Runde ein Tuch haben damit ich es dann hier auch einsetzen kann und das habe ich auch ganz häufig vergessen wenn dann sowas zuhören habe ich gesagt lass sie mal machen und ich habe dann das gemacht und das finde ich auch ganz schön also man kann seine Strategie wirklich auch ganz schön nach den Charakteren die man dann ausliegen hat sofern sie natürlich passen dann auch dann ausrichten das fand ich echt gut also das war echt das Spiel wo ich auch haushoch gewonnen habe das hat echt richtig gut geklappt aber ja ich weiß aber ich dachte lass dich mal laufen ich hatte eben eine andere Idee ansonsten muss ich auch sagen was Christian sagte man muss hier wirklich also es ist echt schon Gehirnschmalz ich habe ganz häufig gehabt jetzt habe ich schon wieder kein Holz das habe ich gerade eben ausgegeben am Ende der letzten Runde das heißt zu Beginn der nächsten Runde ich brauche da gar keinen ab ich kann das ja gar nicht machen genau das hier ich habe schon wieder kein Tuch ich kann das schon wieder nicht machen und dann hier mit dem sammeln ist das auch so was ich gerade schon sagte was brauche ich aber wo setzt Christian als nächstes ein das heißt welches Gebäude brauche ich vielleicht am ehesten wo gehe ich als erstes drauf dann die eigenen Gebäude habe ich am Anfang gedacht so diesen Siegpunkt weil wenn man ein fremdes Gebäude nutzt schießt man dem anderen ja einen Siegpunkt zu das ist aber nicht so stark also wir haben nachher viel die anderen Gebäude mit genutzt du ja auch viel habe mich schon immer darüber geärgert ich habe diese schönen Gebäude gebaut mit den schönen Erträgen und Christian geht rein und kriegt die Erträge ah ärgerlich aber das ist echt so eine Sache da muss man echt überlegen und da habe ich selbst im zweiten und dritten Spiel immer nochmal den Fehler gemacht wie Christian sagte auch dass ich hier irgendwo war was ausgegeben habe und mir mit einmal hier hinten die Ressource dann doch fehlte wo ich dachte wo habe ich denn das jetzt wieder auf dem Weg verloren habe ich das irgendwo vergessen am Anfang einzusammeln ich habe es doch genau vorgeplant wo habe ich diese Ressource ausgegeben oder wo habe ich sie mir nicht geholt dass ich sie dann doch nutzen hätte können also das ist echt wirklich schon so ein Grübelspiel und da muss man auch wirklich dann aufpassen dass man das dann auch an der richtigen Stelle macht und wie gesagt man läuft ja hier einmal die Straße ab und das muss man natürlich auch bedenken dass man nicht jetzt sagt hier bekomme ich ja die Ressource die ich da einsetzen kann geht ja nicht weil ich bekomme sie ja erst nach dem Feld nachdem dieses Haus aktiviert wurde also und dann natürlich das mit dem Vogt das hat natürlich auch noch so einen kleinen Ärger und so einen kleinen Interaktionsfaktor weil damit kann man dem anderen manchmal ganz schön die Stippe fahren also ich habe dann immer geguckt wenn ich hier war jetzt keiner man muss dann wirklich darauf achten dass man noch Männchen zurück behält Arbeiter um um hier gegebenenfalls erforderliche Arbeit abgeben zu können um den dann vorwärts zu setzen wenn der andere jetzt hier vorne schon steht da haben die relativ in Sicherheit gewogen aber ansonsten muss man da natürlich auch gucken und was ich sagte hier das das habe ich manchmal auch vergessen als ich dann gesehen habe okay ja muss ich jetzt noch einen oder ich habe dann einen zu viel abgegeben und ich hätte es gar nicht müssen weil Christian vielleicht auch noch einen Schritt hätte machen können wie auch immer also von daher das ist echt schon ein bisschen hirnverzwirbelig sage ich jetzt mal so ist es nicht so ein Spiel was ich jetzt sage wenn ich jetzt müde wäre abends wenn ich dann spielen würde sondern da muss man schon vom Kopf her schon so ein bisschen mit dabei sein und natürlich auch mit den Arbeitern man gibt ja jedes mal die Arbeiter die man hier abgibt da muss man auch berücksichtigen wie komme ich an Arbeiter weil wenn ich dann pro Runde immer nur drei bekomme und ich habe mir hier keine besorgt dann kann das mit der nächsten Runde auch ziemlich schnell für mich zu Ende sein das einsetzen und der andere freut sich also von daher ich muss auch sagen es hat mir Spaß gemacht aber wie Christian schon sagte oder wie ich vorhin schon sagte es fühlt sich doch sehr repetitiv an also es lief bei uns teilweise wirklich in eigenen Spielen so zack 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 manchmal auch wie Christian sagte kam auch mal Downtime auf das war jetzt für mich gefühlt aber nicht so doll aber es war wirklich so wie Christian auch schon sagte so gegen Ende diese neuen Runden die fand ich auch ein bisschen viel also von daher da hätte man auch vielleicht ein bisschen früher da hätte man das hier oben vielleicht ein bisschen anders aufteilen müssen vielleicht tatsächlich dass man sagt man macht zwei 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 obwohl dann sind es nur sechs Runden obwohl hätte zwei zwei drei oder zwei zwei drei wie auch immer ja also von daher war man die Baustelle es ist ja rundenabhängig welche Gebäude aktiviert werden aber ich finde auch also vom Gefühl her war es nachher wirklich auch so dass es dann so nachher so sechs sieben so da hätte es auch dann Schluss sein können vom Spieler also da hat Christian schon recht ich finde auch dass wir hinten raus wurde es dann zu lang wie gesagt immer nur das Spielgefühl zu zwei zu dritt und zu viert und zu fünf weiß ich nicht wie das Spielgefühl ist aber ansonsten muss ich auch sagen es ist ein schönes Worker Placement Spiel funktioniert auch zu zweit hat mir auch zu zweit Spaß gemacht wie gesagt ich habe gehört es soll zu dritt und zu viert und also mit mehr man spielt ich glaube zu viert soll es Bestbesetzung sein kann ich nicht beurteilen aber so kann ich für mich auch nur sagen hat es mir zu zweit Spaß gemacht ist für mich ein gutes Spiel und bekommt von mir auch sieben Punkte ja das haben wir ja eine Meinung sehr schön genau okay das war dann unser Review zu dem Spiel Kallus oder Kallus je nachdem wie man es ausspricht 1303 also die Neuauflage des 2005 erschienenen Spiels wir würden uns natürlich sehr freuen wenn euch das gefällt das wir ja machen wenn ihr uns unterstützt indem ihr unseren Kanal abonniert gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat und ansonsten freuen wir uns wieder drauf wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut bis dann bis jetzt tschüs tschüüss tschüss